Die Erfolgsserie Madman mit Jon Hamm geht jetzt nach sieben Staffeln langsam zu Ende. Ich musste mit meiner Assistentin Heather aus unserem Büro raus. Sie wurde auch Autorin und ist eine College-Freundin von mir und das war hart. Da wurde mir bewusst, ich werde nie mehr in diesem Raum sein. So viele tolle Dinge sind dort passiert. Aber immerhin hatte Matthew Weiner mehr Zeit für seine Familie und das hat den Abschied sicher erträglicher gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017